Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sanktionen gegen russische Kriegsprofiteure müssen auch in Deutschland endlich konsequent umgesetzt werden. Dieses Ziel verfehlen SPD, Grüne und FDP mit ihrem Gesetz leider, und sie handeln gegen die einhelligen Ratschläge der Fachleute als, Zitat, unausgegoren, untauglich, halbherzig und behäbig, Zitat Ende, bewertet es zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei. Das Gesetz ist ein Totalausfall mit Ansage. Die Ampel blockiert Nutzungsverbote weiter, lässt also die sanktionierten Oligarchen, die Kollege Herbrand gerade erwähnt hat, weiter unbehelligt in ihren Villen, Wohnen und Luxusautos fahren. Keine Fortschritte gibt es auch bei den Vermögen unklarer Herkunft. Bei der Transparenz im Geschäftsverkehr begnügen Sie sich leider mit einer Minimallösung. Herzstück des Gesetzes ist aber die neue Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. Die soll erst einmal bei der Generalzolldirektion angesiedelt werden, aber auch das nur vorübergehend, also eine Übergangslösung nach der anderen. Die Ampel schafft einen Zuständigkeitswirrwarr und eine neue zahnlose Behörde ohne klare Kompetenzen. Wir als Unionsfraktionen schlagen stattdessen vor, die Zuständigkeiten bei einer Zollpolizei zu bündeln und sie mit angemessenen Befugnissen auszustatten. Damit könnte Vermögen aufgespürt werden, sanktioniertes Vermögen, verdächtiges Vermögen und auch Vermögen unklarer Herkunft. Das wäre ein großer Schritt bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Geldwäschebekämpfung. Und das bestätigen auch die Sachverständigen. Auf die Sachverständigen will die Ampel aber bekanntlich nicht hören. Als sie das Gesetz geschrieben haben, spielten die ja auch keine Rolle. Gewerkschaften, Berufsverbände, die hatten damals 45 Stunden Zeit von der Ampel bekommen, um diesen knapp 100-seitigen Referentenentwurf zu bewerten. Damit haben sie die Beteiligung zu einer Farce gemacht. Und als die Sachverständigen dann endlich zu Wort gekommen sind, in der öffentlichen Anhörung Sachverständigen im Finanzausschuss, da haben die Sachverständigen kein gutes Haar an der von der Ampel vorgesehenen Struktur gelassen. Und das hat zum Beispiel auch der SPD-Kollege Fiedler zutreffend vor wenigen Tagen bei einer öffentlichen Veranstaltung bei Transparency International festgestellt. Komisch, dass ich den heute auf der Rednerliste gar nicht finde. Da hätten mich die Ausführungen doch interessiert. Und dennoch, trotz dieser ganzen Ratschläge der einhältigen Sachverständigen, ziehen SPD, Grüne und FDP diesen Totalausfall weiter durch. Sie ignorieren den fachlichen Rat der Profis. Und weil die Ampel ihr Gesetz im Finanzausschuss über den grünen Klee gelobt hat und mein Folgeredner, Herr Dr. Zimmermann, wird das gleich auch tun, da bin ich sicher, möchte ich mal die Sachverständigen in dieser Debatte zu Wort kommen lassen. Und dafür stelle ich Ihnen gerne die Hälfte meiner Redezeit zur Verfügung. Die Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll, hat in der Anhörung gesagt, Zitat, die GdP rät von diesem Konstrukt gänzlich ab. Wenn diese Behörde keinen Unterbau hat, dann hat sie vor Ort vollkommen zahnlos. Die Aufgaben können allesamt in bestehenden Strukturen wahrgenommen werden. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter äußerte sich in der Anhörung in genau die gleiche Richtung, Zitat, unser Vorschlag ist, dass wir die bestehenden Kompetenzen nutzen müssen. Der BdK sagte, dass wir uns nicht leisten können, Zitat, noch Jahre dafür zu verwenden, um eine Behörde zu strukturieren und aufzubauen. Und auch das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat sich der Kritik in der Anhörung angeschlossen. Zitat, wir haben auch mit der GdP und dem BdK relativ ähnliche Vorstellungen, wie das in die bestehenden Strukturen einsortiert werden kann. Und genau die gleiche Kritik kam in der Anhörung auch von der Wissenschaft. Der Strafrechtler Professor Wegner sagte, Zitat, dass es zweckmäßiger wäre, die bestehenden Strukturen aufzuwerten. Und auch er kritisierte die von der Ampel geplante Zentralstelle, Zitat, Was auf keinen Fall funktionieren wird, ist, sich mit einer Art intellektuellen Kopfbehörde auf Amtshilfe ersuchen zu verlassen. Und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Winkler fasste zusammen, Zitat, in vielerlei Hinsicht enttäuscht dieser Entwurf uns alle, die wir im Sanktionsbereich arbeiten, massiv. Und auch das Presseecho der Anhörung war eindeutig, ein Zitat, Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung stößt auf Ablehnung, um nur ein Beispiel zu nennen. Breite Ablehnung also für Ihre Strukturvorschläge. Es gab dann doch eine einzige Sachverständige, die hat das Gesetz nicht verbal zerrissen, nämlich die Generalzolldirektion. Zufällig genau die Stelle, bei der die Ampel diese Zentralstelle zunächst ansiedeln will. Und sogar diese Generalzolldirektion baut für den Fall des Scheiterns schon einmal vor. Sie sagt, Zitat, Allerdings sehen wir Schwierigkeiten aufgrund des relativ kurzen Zeitpunktes, zu dem die Arbeitsfähigkeit gesichert sein soll, Zitat Ende. Und weiter führt sie dann aus, Zitat, Für diese Aufgabe existiert kein speziell ausgebildetes Personal, da diese Aufgabe ja vollständig neu ist. Also diejenigen, die die Aufgaben nach Wunsch der Ampel übernehmen sollen, schrauben die Erwartungen schon einmal nach ganz, ganz, ganz unten. Mit der Sanktionsdurchsetzung geht es mit der Ampel jedenfalls nicht voran. Und die Ampel weiß eigentlich selbst, dass ihr Gesetz schlecht ist. Sie hat seitenweise Protokollerklärungen verlesen, was alles noch fehlt im Gesetz. Nach dem schlechten StG I haben sie ein zweites angekündigt. Nach dem zweiten schlechten Kündig setzen drittes an. Sie verbrennen bis dahin viel Steuergeld. Sie verlieren Zeit. Sie schaffen Doppelstrukturen. Und das Ganze bringt keinerlei Vorteile. Schaffen Sie stattdessen jetzt eine Zollpolizei, mit der die Durchsetzung der Sanktionen sofort funktioniert und bestehende Strukturen gestärkt werden. Dazu können Sie gerne unserem Antrag folgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe Angst vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. und ich habe Angst vor mir zu reden. Was sind Sie für Gott, sind Sie naiv? Er ist der mächtigste Mann in dieser Stadt! Was denken Sie denn, wer dieses Land hier regiert? Doch nicht die Politiker! Geld ist die Macht! Das verdammte Geld regiert die Stadt! Geld stellt die Regeln auf! Peter Nabis. Wenn man reich ist, dann hat man alle Macht dieser Welt. Sie bestimmen die Regeln. Das wird sich auch nicht ändern. Niemals. Und niemand wird das jemals ändern. Irgendwas muss geschehen. Ich meine, jemand sollte aufstehen und Ihnen sagen, es reicht, es ist Feierabend. Und wieso sehen Sie mich an? Und schon vor langer Zeit musste ich vergessen, was recht war. Da wussten Sie eigentlich, dass es auch hier mal eine Zeit gab, wo die Menschen auf die Straße gehen konnten, selbst wenn es dunkel war und sich dabei noch sicher fühlten. Es gab eine Grenze. Sie war unsichtbar, aber niemandem wäre eingefallen, sie zu überschreiten. Ich erinnere mich daran, dass die Menschen Polizeibeamte respektierten. Sie respektierten ihre Marke. Und heute? Politiker, Richter und selbst Polizeipräsidenten werden verscherbelt und verhökert an den höchsten Bieter. untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020